Ja, heiterneidernei, ich bin ein bisschen hinten dran, denn wahrscheinlich kommt es auch erst wirklich am 18.07. hoch von den letzten zwei Tagen. Klar, Highlight, wieder mal die Predigt vom Jakob. Aber es gibt natürlich dann auch wieder mal ein paar Randnotizen und könnt ihr dann wieder schauen bei VK, BitChute, Odyssee oder Rambel. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!